Musik 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 Er hat jetzt auf jeden Fall ein geistig kranker Pumstick und wir hoffen, dass er auch allen gefällt. Er ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ja, hi, ich bin Christika von der Stadt Vellmar. Im Hintergrund seht ihr den Pumptrack, den wir neu eröffnet haben heute. Wir haben gestartet bei dem Projekt mit einem Workshop für Jugendliche. Dort haben wir die Jugendlichen mit einbezogen in die Planung, was sie für Vorstellungen haben und Ideen. Und da war auch der Fabian dabei, der heute bei mir ist. Und der Fabian hat sich auch angeboten, die Social Media Werbung zu machen. Das hat er ganz toll gemacht. Er ist echt dankbar, er ist ein toller Fahrer. Als ich das erste Mal hier lang gefahren bin und die Anlage eröffnet war und hier so viel los war, das war echt ein ganz tolles Erlebnis. Also ich hatte wirklich Gänsehaut. Pumptrack.de hat wirklich einen tollen Job gemacht. Wir haben eine mega geile Anlage hier gebaut und es ist echt mega geworden. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.